Hallo liebe Freunde, mein Name ist Nesjo Saliewicz, das ist mein Bruder Dino Saliewicz. Wir beide sind von dem Kulturverein TKM aus Duisburg und wir haben für euch natürlich eine dreitägige Veranstaltung vom 9. bis zum 11. September. Der Samstag davon wird ein Hip-Hop Day, ich werde das Ganze für euch moderieren, es wird ein Dance Contest geben. Am Abend gibt es nochmal ein Konzert, kommt gerne vorbei und lasst uns zusammen einmal zeigen, wie krass die Botschaft ist, wie wir gegen Rassismus angehen können, ob es mit Tanz, Musik, Kunst ist, wie auch immer. Ich freue mich, wenn ich euch sehen werde, Leute, Me Against Rassism in Madman. Ach, und was ganz wichtig ist, für den Dance Contest gibt es noch Plätze, meldet euch. Ich bin auch da als Juror und ich freue mich auf jeden Tänzer. Peace out. Ich bin auch da als Juror und ich freue mich.